Juhu, Banished-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished Angezockt. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Das ist jetzt schon wieder zwei Tage her, dass ich Banished gespielt habe. Also quasi so lange her wie das letzte Video. Egal. Wir haben schon unseren Friedhof, der sich schon mit einem Grab gefüllt hat, weil Lemmits the Taylor wegen altem Alter gestorben ist. Mann, war der Altmann. Wegen altem Alter zu sterben ist schon voll blöd. So. Oh. Ähm, halt, ich möchte mit WASD, ja, mit WASD steuern. Schön, dass das hier geht. Bei Tropico geht das nicht mit dem WASD steuern. Das ist sehr nervig. Okay, wir haben späten Winter. Wir haben... Was für Baustellen gerade offen? Ich weiß es gar nicht mehr. Verdammt, wie kann man so spontan alles vergessen, was wichtig war? Ähm, was übrigens interessant mal wäre, wäre hier einen Weg zu legen. Häuschen zu Häuschen. Und hier ein Häuschen zu bauen. Haben wir da noch genügend Ressourcen für ein Steinhäuschen? Ähm... Wird das nochmal mit dem Drehen? R. Nie, nie, nie. Nein, nein, schon wieder. Äh, so. Können wir nämlich hier noch ein Häuschen bauen. Weil wir brauchen wieder dringend neue Peoples in the Town. Okay, wir haben genügend zu essen. Wir haben, ähm... Nicht genügend Steine, wir haben aber genügend Iron. Hier wird jetzt genügend... Ihr hört Kohle geschäffelt. Da ist momentan nur eine Person gerade am Kohle schäffeln, ist nicht so schlimm. Hierfür brauchen wir Iron, um das aufzubauen und jede Menge Holz. Dann ist vielleicht etwas, was wir hier als nächstes mal angehen sollten, weil dadurch kriegen wir wiederum Steine. Dann haben wir schon mal mit Stein und Iron kein Problem wegen Ressourcen. Hier wird abgeholzt und wir haben da drüben auch jemanden, der abholzt, ne? Richtig. Dann sollte das sich mit dem Holz auch eines Tages einpendeln. Gut, wir haben jede Menge, ähm, Verteiler hier. Wir haben auch schon... Ja, der gut, äh... Was mit der Kleidung ist ein Problem, weil wir müssten eigentlich mehr Jäger haben. Mehr Leute, die am Jagen sind. Da bin ich jetzt etwas, ähm, am Überlegen, was wir machen können. Okay, der Herbalist ist voll, also wir brauchen nicht mehr Medikamente, das ist gut. Ähm, wir haben ja den Tunnel nach drüben gebaut zum Holzfäller. Da könnte man irgendwann eine Brücke rüber bauen, um hier auch noch ein bisschen was zu basteln. Ähm, da wäre es vielleicht ganz cool, wenn sich da noch Häuser anschließen würden. Wir haben ja auch noch keine Straße gebaut. Hier sollte auf jeden Fall eine Straße hingehen. The Dirty Road. The Dirty Road. Oh. Hier auch? Und dann können da auch noch Häuser stehen. Die plane ich aber links, äh, allerdings erstmal nur. Dann nicht gleich schreien, dass ich jetzt schon wieder tausend Häuser setze. Die plane ich einfach. Die Zukunft. Auf Stopp. Und auf Stopp. Und auf Stopp. Und auf Stopp. Das ist in der Zukunft, wie viele Leute haben, die, äh, es leichter in die Richtung haben, in diesen Weg zu kommen. Eigentlich ein super Platz für eine Stadt, muss ich ja sagen. Okay, was hatten wir denn sonst noch alles nicht aufgebaut? So, beziehungsweise könnten wir aufbauen. Nein, das Posten haben wir jetzt. Wir haben einen Markt. Wir haben hier damit ein Gebäude zum, ja okay, einen Brunnen haben wir auch inzwischen. Eine Schule haben wir auch inzwischen. Ein Krankenhaus ist geplant. Eine Kapelle ist geplant. Und einen Friedhof haben wir auch. Gut. Wir haben eigentlich alles. Das Einzige, was uns jetzt mal wirklich fehlt, ist Vieh. Okay, und das Steinhaus hier wird aufgebaut. Das nächste Steinhaus hier wird dann wahrscheinlich auch bald aufgebaut. Wir könnten das nochmal auf Stopp legen. Wenn das Steinhaus hier aufgebaut ist, ist das hier wichtiger. Das ist erstmal viel wichtiger dann. Ähm. Es fehlt uns wirklich an nachwachsender Bevölkerung. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, ein Gleichgewicht mit den Gebäuden zu finden. Dass genügend Gebäude vorhanden sind, damit unsere kleinen Village-People hier bleißig Nachwuchs bilden. Weil sonst kommt man in so eine Lücke, wie wir sie jetzt haben. Ich hätte wirklich gerne mehr Förster und mehr Jäger. Das ist etwas, worauf ich jetzt, glaube ich, als nächstes hinzielen werde. Dann schwimmen wir mal wieder ein bisschen vor. Oh, plötzlich Fröhling. Hey, warum nicht? Schwimmen wir wieder ein bisschen vor. Ähm. Okay. Wir haben jetzt... Können wir jetzt vielleicht handeln? Handeln hat... Ach, nein. Beef, Äppel und Walnüsse. Ja, gut. Ich würde gerne unsere Sachen lieber hier sparen im Handelsposten. Für, ähm... Etwas intelligentere... Intelligentere Investitionen. Und zwar... Hätte ich wirklich gerne Tiere. Okay, unsere Steinehäuser hier. Das ist alles super. Da sind jetzt Johanna Bell und Chancey eingezogen. Wie geht's eigentlich unserer... Hannabelle? Hannabelle ist schon 42 Jahre alt. Wir haben ein Kind namens Nest. Was macht Nest gerade? Nest, Nest gerade ins Bett. Okay. Ähm... Gut. Meine Leute sind glücklich. Meine Leute sind gesund. Hier wird fleißig aufgebaut. Dafür das ganze Holz benötigt. Uh, also hier ist auf jeden Fall... Also die Förster haben hier auf jeden Fall gut Holz zum Arbeiten. Dann können wir vielleicht, wenn wir nicht mehr so viele Gatherer brauchen, nutzen. Ein paar Leute mehr für die Förster einzustellen. Und... Ja, das war's dann auch schon. Moment, nee. Gatherer war das nicht. Gatherer nicht. Gatherer nicht. Äh, hier. Herbalists. Äh, ich bleibe einfach mal keine Herbalists gerade. So. Gatherer sind ja die, die das Food sammeln. Herbalists sind ja diejenigen, die wir hier nicht eventuell nicht brauchen. Einen Farmer weniger und den als Herbalist einstellen. Machen wir es doch so. Haben wir wieder so ein bisschen Berufschaos. Aber hey. Oh, die Webcam ist gar nicht am überstrahlen gerade. Schön. Schön. Jetzt klappt es. Während Minecraft hat es nicht geklappt. Und auch nicht während meines Infovideos. Weil die... Vor allem die Qualität wieder total crappy ist. Jetzt ist die Qualität viel besser. Ich verstehe das nicht. Ich muss es ja auch nicht verstehen. Achso, ja. Ähm. Ähm. Dismiss. Sorry. Goodbye. Okay, jetzt wird hier wieder vorgespult. Und alles Holz. Hoffentlich gewinnbringend eingesetzt. Äh. Wir haben ja die Kohle zum Heizen. Jetzt kann das Holz wirklich erstmal komplett hier hin. Und ich möchte auch hier jetzt schon einen Weg in diese Richtung haben. Die halt vielmehr so. Hier so eine breite Straße vor. Ich weiß noch nicht genau, was wir hier mit der breiten Straße machen. Aber, ähm. Könnte man vielleicht noch ein Straßennetz mit anschließen. Oh, wir haben keine Tools mehr. Die Tools werden aber fleißig nachgeliefert. Ich habe jetzt nämlich gerade alle Tools in den Handelsposten transportieren lassen. Aber da die ja ziemlich schnell hergestellt sind... Na gut. Ohne Holz wird es schwierig. Ähm. Tun wir nochmal bei den Tools... Oh, man war nur 40. So. Esther has become an adult who is working as a laborer. Rosarian has become a student. Not bad. Leute, wir haben wieder drei Arbeitskräfte mehr. Zeit. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Die könnte ich da nämlich als Hunter einen auf jeden Fall einstellen. Mehr Hunter geht aber nicht, oder? Ne, wir können das Limit nicht erhöhen. Das hier eigentlich... Achso, dass es bei der Arbeit ist, ja. Early Summer. Ja, wir haben nicht vergessen, dass wir gleich wieder hier, ne, wenn das Ganze hier so bei 70% ist, das Abarbeiten gehen. Tools sind übrigens wieder da, Leute. Ihr könnt euch wieder Tools holen. Zeit für Tool Time. Na, holt ihr euch Tools? Ja, wunderbar. Brav. Okay. Das ist nur noch ein Depp, der ohne Tool rumgeht jetzt nicht mehr. So, jetzt Harvest. Da noch nicht. Ja, auch noch nicht. Ein bisschen warten wir noch. Child named Palomina was born. Okay, Palomina. Harvest. Und jetzt warten wir hier auch noch ein bisschen. Dann würde ich das ganz gerne noch aufbauen. Nicht so viel zur Auswahl. Wäre es schon toll, ich könnte noch ein neues Saatgut kaufen, das wir die neuen Felder bringen. The Rain has become an adult is working as a laborer. Das ist auch nice. Nice, nice, nice. Nice. Hier wird es nicht besser. Dann könnt ihr da auch, äh, halt, äh, hier, äh, da. Das wollte ich drücken. Work auszuschalten. Sondern Harvest wollte ich drücken. Harvest neue Augen. Haha. So, wir können wieder einen Farmer mehr einstellen. Wir können einen Fischer mehr einstellen. Ich hätte das ganz gerne schon alles so beim Cap. Zwei Leute immer draußen. Nest has become Student. Shadden has become Student. Cool. Nest nicht mehr ins Bett. Der arbeitet jetzt als Schüler. Beziehungsweise ist jetzt Schüler und ich arbeite als Schüler. Shadden, ähm, ne, ne Netta was born. Eine Taverne hätte ich noch gerne. Das haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Hier. Eine Taverne haben wir noch nicht. Eine Taverne will ich noch haben. Tavernen sind geil. Äh, die stellen wir mal hier den Häusern gegenüber. Äh, brauche viel Holz. Müssen wir erstmal pausieren. Erstmal ist das hier wichtiger. Oh, das wird schon aufgebaut. Gut. Gut, gut. Dann haben wir nämlich da bald unseren Steinbruch, unsere Mine. Wir haben noch nicht genügend Leute dafür. Aber hey. Hä? Ich meine... Ne? Man fängt überall an. Willens will kommen an Adult is working as a laborer. Das ist auch super. Dann brauchen wir erstmal wieder mehr Holz. Ich frage mich nur gerade, wo wir das herkriegen wollen. Also hier wird fleißig angepflanzt. Das bedeutet, da wird dann auch viel mehr, äh, gefällt. Wir können hier nicht mehr Förster anstellen. Wir haben alle. Sieht ja auch so ganz gut aus. Neues Häuschen bräuchten wir jetzt trotzdem schon. Also hier ist fertig. Das ist super. Dann kann ich da mal zwei Leute einstellen, die dort, äh, Steine abbauen. Perfekt. Läuft ja richtig gut. Das hätte ich auch gerne aufgebaut. Aber das können wir uns gerade als nächstes nicht leisten. Dem ganzen Holz. Naja, wobei. Komm, ich schalte das einfach mal ein. Und wir gucken, was passiert. So, wir könnten die Bäume ja auch noch abfällen lassen. Weil die nicht in dieses Einzugsgebiet gehören. So, Tanne gewachsen. Schön. Gut. Ähm. Jetzt haben wir Early Winter. Kurz mal auf Pause. Alle Leute, die Farmer sind, entfarmen. Und dann hätte ich gerne, dass die alle Kohle scheffeln. In den Minen. In der Kälte im Winter. Haha. Gut. Gut. Das lassen wir jetzt wieder so lange laufen, bis es Frühling ist. Ne? Ich würde sagen, das ist ein guter Plan. Ein guter Plan. Und dann bin ich am überlegen, ob wir hier eine Brücke rüberbauen. Um. Naja, wo sollten wir da eine Brücke? Hier können wir eine Brücke rüber. Oh, das wird eng. Hier können wir eine Brücke rüberbauen. In der Position hier so rüber. Um noch mehr Rohstoffe zu plündern. Hier lohnt sich das nicht. Aber hier würde sich das lohnen, Rohstoffe zu plündern. Hey, Moment. Es ist zugefroren. Die Leute könnten über den See gehen. Oder? Ne. Die sind einfach nur... Ihr seid durch das Wasser. Okay. Was ist... Girl, the miners died of old age. Oh. Müssen wir einen Bilder weniger damit. Falls jetzt noch jemand stirbt, dann nichts passiert. So, wir haben jetzt Winter. Es wird schön fleißig Kohle. Sehr gut. Und die Leute holen sich das auch schon fleißig in die Häuser. Sieht man, ne? Das war jetzt gerade alles komplett weg. Wird nicht gefroren. Nicht frieren. So, das Haus hier wird aufgebaut. Schön. Als nächstes dann die Taverne. Jetzt ist später Winter. Und gleich, wenn es Frühling wird... Bist du Bescheid? Müssen sie wieder alle aus den Minen raus. Für alle Farmer werden. Das Chaos. Ja, jetzt brauchen wir langsam wieder wirklich Feuerholzreserven. Early Spring. Sehr gut. Also, wieder alle feuern. Und dann wieder alle einstellen. Huch, das sind zu viele. Ja, wir haben so viel Holz für. Nein, an der Iron ist jetzt nicht so das Problem. Dafür haben wir auch ein paar Leute, die da arbeiten. Wir brauchen so viel Holz. Und für Brücken brauchen wir auch verdammt viel Holz. Wooden Bridge. Based in this location. Kommen wir dann da rüber? Ich will an diese Ressourcen ran. Sonst müssen wir uns das anders überlegen. Haben wir da oben vielleicht was, wo es mit einer Brücke interessant wäre? Hier könnte man noch Roden gehen. Aber da müssen die Leute so einen weiten Weg laufen. Hier rüber wäre es eigentlich ideal. Hier so. Jupp, hier geht's. Okay, das wird jetzt eine Menge Ressourcen kosten. Aber das werden wir jetzt nutzen. Ich hoffe, die Leute können dann hier so außen rum laufen. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein, oder? Hier kann ich überall Wege setzen. Also können die ja auch außen rum laufen. Sonst müssen wir noch einen Tunnel da durchbauen. Ich glaube, das brauchen die nicht. Ich glaube, die können da ohne Probleme lang laufen. So, Felder werden wieder bestellt. Ein bisschen Cola haben wir auch schon wieder da. Unser Holz wird jetzt auch jede Menge... Holz wird aufgebraucht. Das ist halt so. Wir können euch noch einen Weg spendieren. Da könnte man dann... Weiß ich nicht. Da könnte man nichts setzen. Es gibt ja noch keine Dekorationsgegenstände in dem Spiel. Ah ja. Child named Husky was born. Ein Huskelly. Ein Huskelly wurde geboren. Ein Huskelly. Hä, wieso ist das hier so kalt? Holt euch Kohle. Oh, wir haben gerade nichts. Das ist schlecht. Auch mehr Leute, die für Kohle ab... Also die hier Kohle und so Bergwerk und so, you know. Äh... Einen mehr kann ich machen. Sonst frieren uns hier die Leute in den Toad. Au! It's trading time. Hoffentlich nichts zu Gutes. Apple Seeds hätte ich schon gerne. Kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten. Was könnten wir uns dann... Was würde der dann vielleicht noch nehmen? Also Tools könnten wir wieder... Welchen hier reinpacken. Was nimmt der dann vielleicht noch? Der vielleicht... Mit Feuerholz können wir uns jetzt nicht leisten. Kann man nicht. Kleidung haben wir auch nicht. Herbs. Nimmt der vermutlich nicht. Deine wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht ein bisschen Iron. Ironman? Gucken wir mal, was passiert. Wenn wir die Sachen reinkriegen. Herbs nimmt er nicht. Iron nimmt er aber. Iron nimmt er. Zu nem ziemlich guten Kondition. Dann würde ich sagen, verkaufen wir mal unser gesamtes Iron, was wir haben. Gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich hätte gerne Apfel. Äh... Äpfel hätte ich gerne. Ich hätte gerne Apfel. Nie und nimmer reichen. Nie und nimmer reicht das. Vielleicht warten wir dann doch auch lieber auf Fleisch oder so. Bei noch ein Obstbäume. Obst ist halt... Das ist halt wirklich echt ein guter Nahrstoff mit... Hier Nahrstofflieferant, ne? Weiß nicht, was würde er vielleicht noch nehmen? Wir haben aber auch nix sonst. Wir haben mehr Tools. Ja, unser Iron... So viele Kinder werden geboren. Yenelo Pei... Hat das... Ist geboren worden. Gut. Hätten wir das geklärt? Ja, ja. Wir haben wieder wenig Holz. Ist ja gut. Auf zu jammern. Also, die Iron Tools sind echt viel wert. Feuerholz geht so. Iron Tools sind echt viel wert. Also, ich sollte die Iron Tools... Den haben wir hier, ne? Das Limit unbedingt irgendwie so auf 300 setzen. Obwohl ich das Zeug immer verkaufen kann. Oh, Dorin. Ist gestorben. Und Hannabelle replaced jetzt Dorin. Okay. Gucken, wie viele das denn überhaupt sind hiermit. Komm in die Nähe dieses Bereichs. Aber nicht annähern. In den Bereichen, die wir kommen sollten. Wir müssten dann hier halt Iron statt Kohle abbauen. Können wir mal Iron anstatt Kohle abbauen. Machen wir es einfach mal so. Die Brücke ist fertig. Jetzt können wir hier wilden Kahlschlag... ...geschehen lassen. Ein Arbeiter kann wilden Kahlschlag... ...fertigen. Oh, äh... Ja, wird schon abgebaut. Gut, ich wollte gerade sagen. Das habe ich jetzt leider verpasst. Okay, wir haben wieder genügend davon. Wir haben wieder genügend Kohle erstmal. Und Iron wird jetzt hierdurch reinkommen. Da ist... Mare kann jetzt arbeiten. Da will ich Mare von haben. Arbeiten auch zwei Leute, die Steine abbauen. Das ist gut. Und... Ja, gut. Der Trader ist jetzt weg. Kannst du machen, was du willst. Das konnten wir uns einfach nicht leisten. Ich hätte jetzt gerne wieder ein Haus mehr. Braucht denn eigentlich wieder ein Haus mehr? Ja. Reserves of Locks, low. Wir werden auch gleich Iron-Probleme kriegen. Aber im Winter kann ja erstmal hier wild abgebaut werden. Dann sollte das sich einigermaßen wieder geben. Und wie ich sehe, ich glaube, die Folge ist jetzt auch schon rum. Und jetzt hat meine Webcam wieder ein Problem, weil es jetzt wieder zu dunkel geworden ist. Weiß auch nicht. Ich kann ja mal eine Lampe näher hier dran stellen, aber... Naja, ist ja eh nicht ganz so spannend, ne? Spannender ist sowieso das Spiel. Ich fand es allerdings ganz lustig, mal zu gucken, wie das ist, wenn das mit Webcam ist. Und ob das gut ankommt oder ob ihr das irgendwie doof findet. Könnt ihr mal eure Meinung dazu schreiben? Brauchen solche Spiele Webcam? Ist das etwas, was man haben will? Oder sollte man das lassen? Ich weiß nicht. Ich bin Fan von Webcams bei Spielen, wo man gerne Gesichtsausdrücke sieht. Aber hier, was ist das Simulationsspielen? Weiß ich nicht. Haben sich viele gewünscht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Chatten, das bekommt man da durch. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, was irgendwie da so unbedingt ins Programm reinpasst. Egal, wir sehen uns im nächsten Park von Banish wieder. Bis dahin. Bye!